Okay, ich hab's gefunden. I'm on the way! Okay, nice. Ich warte hier. Also, das Fuel Scoop kann ich nur empfehlen. Ja. Den Nächsten will ich mich auch holen. Aber dann muss ich noch ein bisschen, also nach der Mission, ein Kreis machen. Sonst hab ich kein Geld für Rebuy. Ja. Was hast du eigentlich für Waffen drin? Kannst du irgendwas empfehlen? Was? Was kannst du für Waffen empfehlen? Ich hab nen Beamlaser, also ich find den Beamlaser ganz cool und die Mully-Kanonen. Okay. Gibt noch die andere, die Kanone, die heißt nur Kanone. Die ist auch nicht schlecht vom Damage her. MR Ischiyama 153 und Bakerman 73. Hallöchen! Die raiden mich gerade hier. The fuck? So, du bist jetzt hinter mir? Jaaa, so netter. Ich seh dich, auf der Map zumindest. Richtig, auf der Map. Ich hab Sichtzeit auch anwesiert. Nein. Schütze Klaus. I'm ready. So, weiter geht's. Wo fliegst du hin? Ich bin grad ein bisschen heiß, aber was soll's. Das sind mehr als sechs. Die Tütschanzeige funktioniert nicht richtig. Okay. Throttle up bitte. Oh, warte ich hab grad... Warte. Avalonion, oder wird das ausgesprochen? Avalonion. Danke fürs Folgen. Fliegende Katze. Warte. Warte. Ich hab 150 Grad. Oh. Ja, Kaffee ist kaputt, was soll's. Ich komm mir grad. Ich muss den Livestream beenden. Sonst hört's mich wieder raus, komischerweise. Ach so. Ja, der ist einfach zu gut, ich weiß. Oh, ich werd grad überfallen. Au, 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 au. Aber vielleicht kann ich ihn kommen, der ist ein Noob. Warte. Ne, ich komm nicht raus. Nein. Ja, hallo. Jetzt sind es auf einmal 36 Zuschauer, auf jeden Fall. Sechs schauen zu. Ähm, ich geh mal Energie auf System. Ich bin da. Was bist du? Wo ist der Gegner? Hinter mir. Ja, ja, der gibt mir. Wo ist er denn? Da ist er. Ich muss mal kurz rückwärts fliegen. Okay, der gibt's. Ich geb ihm auch. Oh, der hat Raketen. Huff. Okay. Boah, ey. Wuhu. Zum Glück hab ich zwei Schildbooster. Alter, du nervst. Der trifft mich grad hart. Aber mein Schild ist noch halb, halb dicht. Warte. Mach den Cheflauncher und den Zigariten vorbei. Voll Energie auf die Waffen. Ja, ich krieg. Er hat noch 43. Wie geht's dir so vom Schild? Dein Schild ist noch voll, oder? Ja, mein Schild ist noch komplett. Ich geb ihm jetzt den Rest. Er hat noch 18. Na leise, er macht den kaputt. Jetzt kannst du ihn. Mach den Finish. Jo. Zack. Nice. Danke. Der hat mich zweimal mit einer Rakete direkt getroffen. Ich hab noch halbes Schild. GG. Ich hab jetzt Point Defense, hab ich jetzt auch noch dran gewonnen. Wo ist da raus? Aber wenn die Rakete trifft, macht es ein bisschen? Oh. Okay. Guck, nun sind es 36 Uhr. Ziemlich heiß gewesen. Ja, mir war grad ziemlich heiß. So. Weiter geht's. Energie auf System. So, ich bin direkt hinter dir. Ja. Äh, das Zeug was die eigentlich droppen, das bringt es eigentlich nur, wenn man die Erweiterung hat, ne? Äh, du kriegst meistens Daten. Wie bitte? Dann kriegst du irgendwie Daten zum Ingenieur und sowas. Mhm. Ja, den Ingenieur hab ich ja nicht, weil ich die Erweiterung nicht hab. Ja. Was macht denn der Ingenieur überhaupt? Wenn du bist der Ingenieur, dann kannst du deine Waffen und deinen Antrieb und sowas verbessern. Modden. Wohin geht denn die Reise? Du meinst mit dem Vane-Chef nicht mehr 20, äh, 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 Richter springst. Und mit deinem ganzen Ingenieurzeug kannst du ihn auf 30 hoch. Oh. Oh. Franco 703, danke. Eine Katze. So. Okay. Ja, du müsstest jetzt den Stream sehen, weil jetzt kommen die, jetzt kommen ein paar Follows rein. Die Reise geht in die heiße Hölle. Ne, die Reise geht ehrlich gesagt zurück zum Spawn und wir kommen gerade vom Sotis-System mit ein paar Missionen, also ich zumindest mit ein paar Missionen. Und ja, hier siehst du ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Missionen. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs Stück und die geben alle 1,5 Millionen schnell. Mr. Ishiyama 153. So, warte. So, sprich mal hier an der Conte auf. Ihr habt keine Lust, dass ihr uns abfängt. Achso. Nicht jetzt so langsam. Ne, ne, hier ist nur an der Conte aufgetaucht. Nicht, dass ihr uns abfängt. Oh. Also, ich spring schon weiter, ne? Bis hinter mir. Ne? Jo, jo, jo. Die Erweiterung ist ein Pflichtkauf, wenn ihr die Elite Spaß macht. Ist gerade aufs Steam-Angebot. 17 Euro. Hm. Connection Error. Hä, wo bist du denn? Connection Error. Ja, kurz sehen, du bist weg. Grat, wo es los geht. So, Openplay. Ja, ich geh mal auf, ich geh mal auf den Supercruise. Ich bin wieder da. Leaving Wing, kann man das abbrechen? Ja. Nein, nein. Wenn es komplett null ist, dann kannst du dich mehr einladen. Du musst warten, bis es weg ist. Sonst kannst du mir keine neue Verbindung aufbauen. Okay, Galaxy Map. Bakermain 73. Dankeschön. Warte. Kaum bin ich aus dem Livestream-Haus, dann kommen die ganzen Leute. Ja, wenn man geradet wird. Links an mir. Äh... Was ist denn gerade los? Hä, wieso fahre ich meine Waffen aus? What the fuck? Äh... Warte. Hier müssen wir hin. So. Erstmal wieder Route markieren. So. Den schnellen Weg bitte. Ist drin. Okay. Jetzt wieder Wing. Starlord... Newton. Oh ja. Hangenommen. Okay. So. Im Open Sotis Runs. Der Mann hat Eier. Ja. Theoretisch könnte ich auch sterben. Ich habe noch 5 Millionen auf dem Konto. So. Oh oh. Jetzt kommen gleich die Anacondas von überall. Ich wollte gerade sagen. Gleich kommen die Köpfen. Wo bist du? Also, ich müsste normalerweise hier im System sein. Ähm... Warte. Eigentlich müssten wir uns jetzt sehen. Ich schaue nochmal ganz kurz hier drauf. Ist mein Ding an. Nuff. 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 Beacon ist jetzt wieder auf Wing gestellt. Hier oben muss ich es glaube ich auch noch machen, oder? Option. Ne. Signal. Beacon. Äh... Das kann man hier irgendwo einstellen. Hier. Wing on. Okay. Irgendwo da hinten hab ich jetzt gerade gesehen. Ich bin blauer. So. Kannst du mir hinterher springen? Ne. Jetzt noch nicht. Verdammt. Okay, warte ich warte noch. Eben. Signal. Bist du schon gesprungen? Ah ne. Ich muss jetzt... Ich gehe jetzt mal in den Hypercruise. Genau. Supercruise. Supercruise. 4. 3. 2. 1. Engage. Die Leute sind meistens nett wenn sie selber Sotis Runs machen. Bis Mitte Oktober. Dann gibt's die glaube ich nicht mehr. Die Sotis Runs. So. Ich bin ready. Gut. In Sotis war die Tage eine Blockade von SDC. Ist das ein Clan? Sagt mir nichts. SDC? Ich kenn nur die Federal Security Services. Und das sind meine Best Buddies, ja. 3. 2. 1. Engage. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. ist ein pvp online klar. Bestimmt Amis. Wieder was gelernt. Wie hoch ist mein Schiff versichert und mein Kontostand? Mein Schiff kostet Wiederkauf fast eine Mille und mein Kontostand ist 5,7, aber nach dem Run hier sollte ich nochmal... Warte, ich kann mal nachrechnen. Was haben wir denn hier? 1,7, 1,5, dann bin ich schon bei 3,2, dann nochmal 3, dann bin ich bei 6,2, 7,4, 8, 8,1 und fast bei 9. 9 Mille. Mit der, mit dem Mission jetzt. Wie viele Sprünge müssen wir noch? Ähm, warte. Schneller Weg, 5 Sprünge. Ja. Wie schnell es auf einmal geht. 4, 3, 2, 1. Ja, da war gerade mein Bro. Ich soll leise sein. himmel ist abgerutscht. Er will ins Bettchen. So, warte. Die wollten Fonte dazu bringen, Sothis zu nerven, indem sie alle Spieler dort abknallen. Immer genug Bargeld für die Versicherung haben. Oh ja. Ja. So. Ich kann noch nicht hinterher. The fuck. Jetzt geht's. So, ich warte auf dich. Jo, warte. Sorry. Ah, ich hab morgen keine Lust zu arbeiten. Spätschicht die Woche. Es geht mir leid auf den Krieg. Zum Glück war es frei. Immerhin. Verstand. So, alles klar. Jawoll. Ich frage, jetzt kann ich mir dann schon die... Den Cutter... Ne, der Cutter war doch für die... Von der anderen... Kann man den sich schon... Warte, ich muss Gas geben. Der Cutter war von welcher Fraktion? Empire. Wo ist denn das hier? Da muss ich mich jetzt einschleimen. Blaue. Ich hab auch nicht überlegt, ob ich Federation verlasse. Und von der Macht spiele. Und ob... Kann ja gehen da anfangen, aber... Maestro. Morgen Englischklausur, bin da mal weg. Bye bye. Hey, viel Glück. Ich hoffe du hast gelernt. Wenn ich jetzt schlecht bin. Nö. Es gibt ja auch solche Englisch-Asse. Die einfach... Die lernen einfach nix. Dann schreiben trotzdem ihre Zweier... Oder Einser. Man nennt sie ja auch Streber. Was? Was? Nix gehört. So. Wie viel Sprit hast du noch? Warte, ich bin bei... Ja, drei... Ich bin halb. Ich glaub, ein Stopp müssen wir einlegen. Aber wir können noch mal... Ja. Drei Sprünge. Ja, könnte ich nicht. Ich könnte noch schaffen. Hm... Du musst doch die ganzen anderen Missionen abgeben. Was machst du denn, wenn du angekommen bist? Ich? Kopfgrenzen, glaub ich. Achso, ja. Ich muss halt... Ich muss halt noch zu fünf anderen Stationen. Die sind ein bisschen verteilt. Bruder, ich... Ich bin da hernerkannt. Da hast du eine Wingman. Guck mal, wenn meine Frau reinkommt. So... Ach, ich kann ja mal scannen. Das wäre nicht schlecht. Warte mal. Wie kann man den Feuermodus wechseln? Feuermodus? Äh... Äh... Keine Ahnung. Okay. Cutter 209... Was? Cutter 209 Millionen und du musst Imperial Rank Duke haben. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe gedacht, der kostet 22 Millionen oder ist es nicht der Cutter? Der Klipper. Der Klipper. Fängt auch mit C an. So... Bist hinter mir? Musst du hier kurz Jules scoopen? Ähm... Nö... Es läuft noch. Okay. Es löpt. Wann hat... Was ist ein Rank Duke? Warte... Was gibt es denn eigentlich für Ranks? Kenne ich überhaupt nicht aus. Ready to engage. 3... 2... 1... Engage. Wie viele Springer noch? Nach dem noch einen. Ja, weil dann wird das eigentlich... Also ich glaube den einen kriege ich noch hin und dann müssen wir... ...weicht tanken. Ja okay, ich tanke jetzt auch mal hier. Du meinst die... 40 Sekunden, was du jetzt hinstellen musst, oder? Irgendwie geht das hier nicht bei der Sonne. Warte mal. Also jetzt... Ich hoffe der andere Punkt ist nicht so weit weg, weil... ...dann wird es echt... ...kürtisch. Nö, der ist nicht weit weg. Kost... Zieht bei mir bloß ein... ...tausendstel. Ungefähr. Okay, dann... Geht es da weiter. Warte, und nochmal so viel für eine akzeptable... ...ausrüstung und Versicherung. Warte mal, ich muss ja kurz von der Sonne weg. Also das kostet mich grad überhaupt kein Fuel hier. Der Sprung. Das heißt 209 Millionen für den Cutter... ...und dann nochmal 209 Millionen für die Ausrüstung? Alter, wie viel kostet denn der Versicherung? 50 Mille, oder was? 3... 2... 1... Engage. Da ist... Ja... Okay, dann auf jeden Fall müssen wir zur Station... ...und... ...abgeben... ...und tanken. Jo. Wenn die anderen gehen dann wollen... ...wahrscheinlich komplett in eine andere Richtung wahrscheinlich. Warte mal. 5 Prozent, Alter. So. Target. System. Wir sind da. Ja. Folg mir einfach, ich... ...ich kenn den Weg. Alles klar. So, ich sehe hier wie eine KI rumschwanzen. Greift die dich an? Nö, die ist mehr bei deiner Richtung hier irgendwo. Bei dir. Vor dir. Aber mir hat keiner geschrieben. Das heißt, die will mich nicht. Welche Station muss mein ich hin? Die Teresh... Warte. Tereshkova. Satt im Moment. Oh, warte. Ich bin zu schnell. Ich muss ja kurz die Schleife fliegen. Ja, am besten immer Vollgas geben, bis du bei 10 Sekunden bist. Und dann noch runter, bremsen, aufziehen. Also, ich gehe auf 8. Ja, so 7, 8 Sekunden. Das ist... ...perfekt. Warte, was schreibt? Warte. Mr. Ishiyama schreibt. Ich habe 50 Mille. Also, die... Der Cutter, wenn du ihn voll ausgerüstet hast, dann kostet der 50 Mille. Versicherung. Ja, deswegen. Alter. Das bringt nichts, wenn du jetzt Geld für eine Anaconda oder sonst was hast. Da hast du 50 Mille gibts aus und die ist schlecht im Endeffekt. Da musst du schon mindestens das Doppelt haben, dass du siehst, dass du sie kaufen kannst. Ja. Deswegen habe ich mir auch die Fire Alance abgeholt. Die ist gut. Der ist schon so 40 Mille. Und 22 kostet, glaube ich, die Fire Alance. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mir jetzt ein neues Schiff kaufen soll. Ich spare erst mal. Ich schaffe die Fire Alance und die hole ich mir wieder. Ein gutes Schiff. Nein. Ich bin so schnell. Nein. So. A und nach oben. Wow. Du hast mich mit reingenommen. Cool. Echt? Was? Ja. Du hast mich mit reingenommen. Dafür bin ich hier. Ja. Ich bin zwar noch 30 Mille weg, aber okay. Der ruft sich einfach mal innen. So. Ähm. Landererlaubnis. Jo. Ich habe die Landererlaubnis. Und du? Nein, noch nicht. Ich bin auf 15 Kilometer. Wo sind denn überhaupt hin? Auf die drei. Wo sind die drei? Da hast du drei. Das ist ja so ein Außenbastel, ne? Ja. Äh. Äh. Jetzt wird es wieder lustig hier. Wäääh. Huh? Landing gear not deployed. Landing gear not deployed? Ja, lass mich doch erstmal hier in Ruhe. So. So. Oh nein, ich kann nicht, ich kann nicht schwanken, weil du da wüsstest. Immer, immer, immer. Immer diese, immer diese, warte. Ja, genau. Immer diese Drödler hier, ne? Ja, warte, ich spiele es heute zum ersten Mal mit dem Stick, dafür bin ich gar nicht so schlecht. Nein, ich habe mich verdrückt, nein, ich habe Booster gemacht. Voll gegen die Wand. Okay, warte. Ich will erst den Hangar betreten, wenn es geht. So, Refuel, Repair. Mission. Kann ich hier wieder irgendwo was spenden? Nope. Okay. Ich gehe gleich wieder raus. Ich gehe gleich wieder raus. Okay. Ich gehe gleich wieder raus. Ich bin vor dir, ne? Also nicht durch, nicht durchstarten hier mit dem Boost. Ein bisschen. So. So. What are you doing exactly? We are farming right now. So, du kannst jetzt landen. Ich gebe schon mal in der nächste Mission gleich ab. Oh, ich gebe noch eher ran. Immer noch nicht. The fuck. Ich muss mich erst verziehen. So, ein schöner Anflug. 1,2 Mille. Oder? 1,5 Mille. So. So. Schau mal, du gleich, ob die hier einen guten Cargo-Wreck haben. Ich weiß es nicht. Für dich. Red Earth Model. Wunderschöne Mission abgeben. Belohnung beanspruchen. Gib mir das Geld. Gute Nacht, Abolunion. Zoom. 800.000 Kürzer. Jo, ist doch noch gar nicht so vergehrt. Gibt es hier auch oder was? Hat er bloß zwei Stunden gedauert? Da hat er immer so ein Negativ. Da muss man positiv denken. Das ist alles. Schiffe der Triathlon-Gruppe massakieren. Hm. Hm. Äh, ne. Ich hab sonst kein bisschen. Aber ich kann mal gucken, ob ich hier auslösen kann. Schau mal hier mal. Karko. Karko, Karko. Achter. Ja. Die haben größere. Ein Achter. Es ist wahnsinnig. Von zwei auf acht ist schon mega, ne? Ja, besser als heute. Okay, aber nur bei dem Dreier, ne? Dann mach ich auch den zwei, drei halt an. Ah, cool. Deliver the goods in dem... Wow, ich bekomm zu meinen 2,9 Millionen nochmal 50.000 Credits obendrauf. Das ist ja nix. Die gönnen sich mir. Mal gucken, ob die einen besseren Treibstoff-Sammler haben. Ja, für 900.000 den kaufe ich diesmal. Und sonst hab ich immer noch genug Geld für den Rebuy. Find ich gut. Nice. Jetzt hab ich, ähm, 18 Platz zum... ...transporten. Clon77 fragt, was ist dieses Game so? Ähm, es geht um Farming. Und um ein besseres Land zu kaufen. Es ist wie... Ähm, No Man's Sky. Aber du kannst es mit anderen Spielern spielen. Schön ausgedreht. Alle Vorteile. Ja, alle Vorteile. Was ist denn das für ein cooler Planet hier? Sieht voll geil aus. Also falls jemand zuschaut, was... Was bringt eigentlich das auf dem Planeten rumfahren? Kann man da auch kämpfen und farmen? Oder was gibt's da? Oder kann man da... Du hast mit dem Buggy auch Waffen auf jeden Fall. Das weiß ich. Okay, und was kann man da machen? Gibt's auch Alienviecher, die da unten rumrennen? So fette Bugs? Es soll irgendwie was überkommen, irgendwie so. Also... Es gibt doch nichts genau zu bestätigen, so ein bisschen weiß. Aber... Es soll was in die Richtung kommen. So. So. Ähm... So, hast du deine Route wieder ausgewählt? Ich bin schon längst bei der nächsten... Dock-Station. Weil ich hier meine 3 Millionen bekomme. Also ich kann dir nur empfehlen, hol dir mehr Cargo-Space. Das bringt's. Ich habe schon abgekürtet. Jetzt. Ich bin schon ein guter Boy. Jetzt. Ich bin schon ein guter Boy. No. Incoming mission critical message. So. Wenn du mir sagst in welche Richtung du bist. Oder wo du gerade hin bist. Oh, oh. Stundverpausen. Ich bin... Ich... Ich kann gerade nicht sehen wo ich bin. Warte, ich bin... Bei der... Auf jeden Fall bei der... Morokow-Kolonie. Klingt russisch. Kaum. Kaum. Morokow. Warte, nach unten. No man's sky without lag. Gang crashes and worth your monies. There is not such a thing. So, mein Konto füllt sich jetzt auf. 10 Millionen. Nice. Na. Schau mal, ob ich die so finde. Theoretisch sollte ich ja auf der... Die beiden waren jetzt. Warst du schon einmal nur ein Sprung oder? Das waren nur... Das waren zwei Sprünge. Angezeigt werden. Das ist komisch, weil ich... Du wirst nicht angezeigt. Normalerweise zeigst du da... Freunde an, wo die sind. Auf der... Galaxic hatte. Warte. Die ship released. Engines engaged. Ich meine, die ganzen Events. Warte. Warte. Landing gear retracted. Ich fühle mich ja auf der Galaxi-Karte. Also ich seh dich, warte gleich. Ich bin so eine Wagine. Auf der Karte sollte ich dich sehen, warte mal. Galaxi-Map. du bist du bist immer noch in tierfing ich spring gerade nach bd plus 66 193 bd plus 66 warte warte bd plus 65 210 sorry ich habe mich vorhin verlesen ja da ist auch eine station da freunde werden nur angezeigt wenn sie sich im gleichen raum aufhalten also wie du siehst jolly roger er wird mir auch angezeigt da der grüne der da was war das für ein sound komisch ich bin so ein grüner bobble zu einer person gut fünf minuten problem wir müssen dann wieder zurück nach sotis um diese guten mission annehmen zu können aber du kannst dich hier ausrüsten cargo space und so kaufen warte mal jetzt mache ich jetzt mal bd wo du bist dann kannst du da mal weitermachen ich gehe jetzt zu stefanischen piper port bester name ich gehe noch ein sprung da bin ich bei dir ja ok was musst du hier noch so abgeben ja die rest auch fuck ich bin mir zu schnell die restlichen drei missionen die ich jetzt noch habe die restlichen drei missionen die ich jetzt noch habe z Vielen Dank.